Was ist der Zusammenhang zwischen Lungenkrebs und Emphysem? Lungenkrebs und Emphysem sind zwei verschiedene Krankheiten, die die Lunge schädigen. Ein Emphysem führt jedoch nicht zu Lungenkrebs. Die Beziehung zwischen diesen Krankheiten beruht vielmehr auf gegenseitigen Risikofaktoren, nämlich dem Rauchen. Eine Person mit Emphysem hat letztlich ein höheres Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Dies liegt daran, dass Raucher Komplikationen von Lungengewebeschäden bis hin zu Lungenzellschäden reichen können. Emphysem ist eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die durch Zerstörung des Lungengewebes und irreversibler Vergrößerung von Luftzecken oder Alveolen gekennzeichnet ist. Diese Luftzecke liefern Sauerstoff und entfernen Kohlendioxid aus dem Blut. Alveolenwände verlieren an Elastizität, wenn sie zunehmend größer werden. Tatsächlich können sie sich nicht mit frischer Luft füllen, was zu einer Beeinträchtigung der Atmung führt. Dies ist ein Grund, warum Atemnot häufig ein klassisches Symptom eines Emphysems ist. Die Stadien des Emphysems treten normalerweise allmählich auf, und Anzeichen der Erkrankung treten gewöhnlich nach dem 50. Lebensjahr auf. Lungenschäden können jedoch auftreten, bevor Symptome auftreten. Rauchen ist eine der Hauptursachen für Emphysem und macht mehr als die Hälfte aller Fälle weltweit aus. Eine anhaltende Exposition gegenüber Lungenreizstoffen wie Staub und Industriedämpfen sowie das Leben in Gebieten mit schlechter Luftqualität können ebenfalls zur Erkrankung führen. Eine direkte Beziehung zwischen Lungenkrebs und Lungenemphysem besteht nicht, da eine Krankheit die andere nicht verursacht und sie unabhängig voneinander auftreten. Sie teilen jedoch Risikofaktoren, die ihre Prävalenz bestimmen und so eine indirekte Beziehung herstellen. Diese Risikofaktoren können erklären, warum sich Lungenkrebs bei Personen entwickelt, die bereits ein Dämpfüsem haben. Lungenkrebs ist durch einmaliges Zellwachstum im Lungengewebe gekennzeichnet. Bei gesunden Menschen sind die Atemwege der Bronchien mit zwei Zellschichten ausgekleidet. Diese Schichten beginnen mit Lungenkrebs zuzunehmen, und die Schleimsekretionszellen verschwinden und werden durch eine Maße von unorganisierten Zellen mit abnormalen Kernen ersetzt. Die wachsende Maße dringt schließlich in die darunterliegende Zellmembran ein, und Krebszellen können dann in andere Körperteile wandern. Krebs in der Lunge wird in zwei allgemeine Typen eingeteilt, die den Behandlungsverlauf bestimmen, kleinzelliges Lungenkarzinom und nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom. Die Mehrzahl der Fälle von Lungenkrebs wird durch die Einwirkung von Tabakrauch, Radon oder Asbest verursacht. Ähnlich wie das Dämpfysim ist das Rauchen der Hauptverursacher von Lungenkrebs. Das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, steigt mit dem Dämpfysim sogar bei Menschen, die noch nie geraucht haben. Dies ist wahrscheinlich auf die gemeinsame Nutzung zusätzlicher Risikofaktoren wie Genetik, berufliche Exposition und Umweltpathogen zurückzuführen. Lungenkrebs und Dämpfysim haben auch physiologische Eigenschaften. Dazu gehören Steifheit der Lunge, fermenterter Sauerstoffgehalt im Blut und chronischer Husten. Lungenkrebs und Dämpfysim sind auch in Bezug auf die Prognose der Patienten miteinander verbunden. Patienten mit beiden Erkrankungen haben weitaus niedrigere Überlebensraten als Patienten mit nur Dämpfysim. Eine Emphysemprognose hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Lebensstils und der allgemeinen Gesundheit. Zu den Optionen für die Behandlung von Dämpfysim zählen die Verwendung von Steroiden und zusätzlichem Sauerstoff, mäßige Aerobeaktivität und Maßnahmen zur Verbeugung von Brustinfektionen. Die Behandlung von Lungenkrebs hängt dagegen weitgehend von der Größe und dem Ort des Tumors ab.